Automobilität ist ein Versprechen, das falsch ist. Ich sehe halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Das Auto gehört dazu als ein Fahrzeug, aber nicht in der Emotionalisierung und vor allen Dingen nicht mit dem Fuhrpark von 49 Millionen Autos, die wir haben. Ich habe verschiedene Rollen in mir. Also ich identifiziere mich zum Beispiel auch nicht mit Verkehrsmitteln. Ich bin keine Radlerin, ich bin keine Fußgängerin, sondern ich möchte gut zu Fuß mit dem Rad unterwegs sein. Katja Diehl ist vieles zugleich. Autorin, Podcasterin, Aktivistin, Politikberaterin. In ihrem Podcast She Drives Mobility spricht sie mit ihren Gästen darüber, wie Mobilität sein sollte. In ihrem neuen Buch Autokorrektur kann man das nachlesen. Vor allem eines will sie verändern, die Masse der Autos auf den Straßen. Also wir sind hier gerade da, wo ich wohne, in der Nähe und man merkt es auch. Fluglärm, Straßenlärm ist eigentlich gerade eine recht gute Situation, um zu zeigen, wie das Leben in der Stadt so ist. Mir wird dann immer geraten, aufs Land zu ziehen. Viele ländliche Räume sind mittlerweile genauso wie die Stadt. Der öffentliche Raum gehört den Autos. Irgendwer hat mal gesagt, wenn die Aliens auf uns drauf gucken, dann denken die, dass die Autos die eine bestimmte Rasse sind auf der Welt. Naja, das ist eigentlich mitten in einem Wohnviertel. Zwei exklusive Reihen nur vier Autos, die statistisch ja sich nur drei Prozent am Tag bewegen. Laut einer Studie des Bundesverkehrsministeriums wird ein Auto im Schnitt nur etwa 45 Minuten pro Tag bewegt. Das heißt 97 Prozent eines Tages steht es herum. 40 Prozent aller Autos werden an einem durchschnittlichen Tag gar nicht genutzt. Also wir haben wirklich viel gemacht, auch in Sachen Gesetzgebung, um die Automobilität zu manifestieren und zu betonieren. Geparkte Autos nennen sich ruhender Verkehr, was schon so ein bisschen am Begriff zeigt, dass es ein kleiner Kniff ist, um das überhaupt zu ermöglichen. Weil ich könnte nicht meinen Sofa nach unten stellen, in Ruhe ein Cappuccino trinken und sagen, ja wieso, ich habe auch hier geparkt. Das dürfen nur Autos. Straßenverkehrsordnung ist ja erst notwendig geworden durch das Auto. Also es ist total fokussiert auf das Auto. Und es macht Leute machtlos, weil bestimmte Sachen in Hamburg nur veränderbar sind in einer anderen Bundesgesetzgebung. Trotzdem engagieren sich in Hamburg viele Menschen für eine Mobilitätswende. Die Initiative Kurs Fahrradstadt hat zum Beispiel das Superbüttel für den Stadtteil Eimsbüttel entworfen. Autofreie Straßen, zentrale Parkhäuser, viele Grünflächen, viel Raum für Begegnung. In einer Umfrage stimmte die Mehrzahl der Befragten dafür. Wir haben Riesenglück, dass unsere Städte vor dem Auto entstanden sind, weil sonst sähe die Stadt echt mies aus. Das wären ja dann Autodistanzen, so wie wir das in Amerika auch haben. Wenn man Aufnahmen aus Hamburg von früher mit heute vergleicht, fällt auf, damals gab es viel mehr Platz in den Straßen, weil es eben keine Autos gab. Ich glaube tatsächlich, wir müssen anerkennen, dass das Hermann Knuflacher nennt das Virus Auto. Also, dass da irgendwas ins Stammhirn kommt. Sobald du im Auto sitzt, siehst du deine Umwelt wie ein Auto. Du guckst nach Parkplätzen, du siehst das Recht, diesen zu belegen, du stellst es auch da ab. Und es ist immer so ein bisschen unbeliebt zu sagen, dass es wie eine Drogensucht ist oder wie irgendwas anderes, aber ich glaube, da steckt auch ein bisschen was dahinter. Das Auto ist das einzige Statussymbol, was du überall mit hinnehmen kannst. Eine geile Wohnung sieht nicht jeder. Den geilen Urlaub kannst du nur auf Fotos zeigen. Und ich glaube, das Auto, man stellt was dar. Und das nehme ich aber ernst. Und ich sage aber auch, ich verspreche nichts Falsches. Ich kann nie dieses eigene Wohnzimmer ersetzen durch ÖPNV. Aber ich kann euch anbieten, ihr spart Zeit. Wenn ihr in der Bahn sitzt, ihr könnt lesen, ihr könnt träumen und dösen, wie auch immer. Ihr habt nicht die Anstrengung, das Lenkrad in der Hand zu halten. Ihr bekommt vielleicht mehr Familienzeit. Ihr habt vielleicht auch das Gefühl, wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Rad macht, dass ihr gesund seid. Ihr müsst nicht mal mit dem Auto zum Fitnessstudio, um das Spinning zu machen, sondern ihr macht es ab und zu mal auf den Berufswegen. Und ich glaube, das ist der Handel, den wir eingehen müssen. Dass, wenn ich weniger Auto fahre, da wo ich auch weniger Auto fahren kann, es automatisch anderen Menschen gut tut. Und das erfüllt mich auf jeden Fall mit Freude, anderen Menschen gut zu tun. Und das zu zeigen und als Gesellschaft wieder anders zu funktionieren. Deswegen ist Mobilitätswandel gesellschaftlicher Wandel. Zu diesem gesellschaftlichen Wandel sind noch nicht alle bereit. Für ihre Kritik am Virus Auto wird Katja Diehl auch angefeindet. Auf Twitter etwa bekommt sie immer wieder regelrechte Hassnachrichten geschickt. Unsere Auswahl hier ist noch vergleichsweise harmlos. Das hält sie aber nicht davon ab, weiterzumachen. Also mein Wunschort ist natürlich, hier leben zu wollen und in einer Art und Weise, wie es menschlichem gerecht ist. Den menschlichen Faktor, den Human Scale, den gibt es ja auch als Begriff. Und auf den müssen wir uns zurückführen. Und das heißt auf jeden Fall, den Menschen in den Fokus zu stellen und nicht die Autos. Und wieder lebenswerte Orte zu schaffen, die ruhig sind, gute Luft haben, grün sind, zur Begegnung einladen und zum Verweilen. Und ich glaube, das können wir auch schaffen, wenn wir es wirklich wollen. Weil es wirklich viel, viel schöner ist und nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern mit Gewinn. Nebenwisten. Salman 1 Abonniert. Ciao. três наш Ö